Hallo, guten Morgen. Ich stehe hier am Petersberg in Erfurt. Wunderschöner Sonnenaufgang. Ich bin jetzt seit kurz nach sechs hier ungefähr und habe hier meine Belichtungsreihen gemacht vom Dom und ja, es war richtig gut. Also kann ich nur empfehlen hier in Erfurt, der Petersberg, hier am frühen Morgen. Hier ist keine Menschenseele, sehr, sehr friedlich hier. Ja, ich drehe mich mal, sieht man das vielleicht ein bisschen? Ja, hier sieht man den Dom. Jetzt hat es gerade die Sonne dahinter. Das ist jetzt etwas zu krass für die Kamera. Die sieht man sich nicht ganz so. Zum Sonnenaufgang so ein bisschen so der Spot hier in der Stadt. Kann ich nur empfehlen. Kommt vorbei, genießt den Sonnenaufgang. Echt toll, echt schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.